Und Willkommen zu einer weiteren Episode von Trouble in Terrorist Town, wie immer mit Marvin, Iggy und Frank. Viel Spaß! Schlieb dich! Alter, das ist Enzo! Alter, Enzo schliebe dich! Aber mit Erics Enzo, wenn du das siehst, schliebe dich nicht, du bist ein Dreck. Ich möchte, ich hoffe, dass du weißt, ich es noch in der Aufnahme habe, ja. Mein Penis ist so rot, mein Penis ist steif, ich mensch dich in meinen Gleis. Ich wusste, seitdem ich angefangen habe, meine Aufnahme am Laufen. Ich habe ziemlich an, ob das geht. Ich glaube, weißt du, was du großartig hast? Der Enzo von mir, da kommt auch was hin. Auf welcher Ort und Weise ist das bitte großartig? Ja, es ist weder ein dreckiger Bayer noch ein dreckiger Sachsen-Anhälter. Könntest du mal bitte auf den Sachsen-Anhälter als dreckig zu bezeichnen? Das finde ich nämlich gar nicht mal so in Ordnung. Also, ich finde es sehr passend. Ich finde es sehr passend. Ich bin es auch mal einer. Hä, na, deswegen, ja. Jünger im Bundesland, was er gegen Weißenfels hat, ist einfach nur dreckig. Und Halle sind Beweise, dass Weißenfels ein anmerknt sich hier schon wieder ab. Also, keine drei Sekunden. Wer ist tot? Wer ist tot? Iger. Johnny wahrscheinlich. Weißt du das? Weißt du das? Weil ich kann wahrscheinlich nichts mehr sagen. Weißt du was, ich weiß nicht was, dass er weg war, als ich Halle Süd gesagt habe. Mann, ich drück doch alt plus SE. Mann, der ist jetzt schon mal tot. Mann, der ist jetzt schon mal tot. Nein. Marvin. Long. Du bist Traitor. Ich bin innocent. Für weiter. Für weiter. Für weiter. Für weiter. Nee, lass uns mal weg haben. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Entschuldigung. Ich hab keine Munition. Ich hab meine Munition verloren. Ich hab meine Munition verloren. Ich hab nicht mehr viel Leben. Marvin, wo bist du? Ich hab dich verloren. Das fällt dir auch nicht. Warte. 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 Nochmal, niemand nachladen. Oh Mann, ich hab Angst. Warte. Okay, ich hab ne Idee. Oh ne, ich also. Hä? Hey, wie sieht eigentlich das Radar aus dem Shop? Warte. Kannst du gar nicht sagen, Warte? Oh, Junge. Hey Mann, das hätt doch ein Leben gehabt oder so. Ich dachte, Marvin wird Traitor. Nein. Obwohl ich hab gesehen, dass du mich umgebracht hast. Und man ist richtig dumm, ne? Voll der Schöne. Die Web ist halt so scheiße, dass man effektiv nie mal wegkriegt. Ja. Ach, weswegen ist die ja auch wieder so fantastisch. Igeeeel atmosphere. Ich hab gar nicht. Ich hab traditionelle her gelaufen, als ich dann Traitor wurde, da hab ich ihn erschossen. Pam. Oh... Oh. Alter penis. Oh, Johnny weißt du was mir auffällt. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh nein. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich würde da noch. Genau da. Weißt wie? Ich genau, ich genau. Warte, Marvin. Ja, ich warte. Alter, der Klassiker. Der Stirnfick. Ich kann mich bewegen. Warum passiert das jedes Mal? Also es ist jetzt schon die vierte Folge am Stück, wo ich einfach random Internet-Disconnect bekomme. Das ist immer noch richtig schön. Jetzt bin ich wieder im Internet, aber das Spiel ist scheinbar immer noch nicht im Internet. Oh. Oh. Mann, ich hatte gerade ein Internet-Disconnect. Ich komme wieder und das erste, was ich höre, ist Thomas the Tank Engine. Oh. Können wir mich hören? Nein. Was ist das? Oh. In diesem Umfeld habe ich keine Ige getötet, aber Ige war's nicht. Ah, dann war's zum Back. Ähm, vielleicht ist es der mit dem Laserschwert. Ja. Äh. Nee, kann nicht sein. Nee, warte, 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 warte. Das kann eigentlich nicht sein. Häng ab! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich glaube, es war da mit dem Laserschwert. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es war der Flickser, der mit dem Zug in den Drücken geschossen hat. Ja, ich hatte gerade Open-Net-Disconnect, das erste, was ich höre, ist die Tank Engine. Vor allem bei war keine Ahnung, die Minute früher. Also, ich keine Ahnung, warum du die noch gehört hast. Weil ich, äh, euch dann schon gehört, noch nicht gehört habe. Sorry, übrigens dafür, dass ich die vorhin angeschossen habe. Ich dachte halt, dass wir es stört, dass es Marvel gewesen wäre. Ja. Äh, ja, du hast mich angeschossen, genau. Jetzt erzählen wir es so, Ige. Ich dachte nicht, dass die Folge wird das schon. Traitor! Okay, Ige ist es. Warum? Äh, backt bei euch das Sound-Effekt auch die ganze Zeit rum? Ja, weil ich die ganze Zeit den Knopf drücke. Das würde ich nicht tun. Na doch. Sehr nervig, ich möchte meinen, ich möchte meinen, äh, Forstland... Ah, es geht eh nicht mehr, ja. Ich möchte meinen Forstland einblenden hier. Ige? Nee, warum? Ich bin hinter dir. Oh, da ist die Teleporter hier. Ja, ich wollte dich auch. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Ja, ich bin jetzt... Ich mach nichts. So. Ige. Warum? Ige Marvel und Ige. Ige. Nein, drei, vier, meine Freunde, fick ich schierig. Deine Oma ist so dumm, ich kann schillen bei einem Namen. Ich mach aufbrennen! Warum ist die Banane krumm? Äh, iiiiih. Doch, ja, ne. Ah, das war aber was. Das war eine Farbe... Nein. Was war das? 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 Ich hab jetzt schon einen. Das war Spaß, das Leben. Das stimmt. Also, ich hab dann schon mal so ein Gefühl. Johnny ist das. Diegel... ne, ist kein Diegel, muss ich schon sagen. Ah, ich hab so lang so ein Gefühl. Johnny ist es wirklich. Der hat ziemlich viel Zeit für sich alleine. Ja, der Weg ist das Schwul, haltu. Man könnte vielleicht mal alle aus dem Weg gehen, damit sie mit Iber töten. Warum sieht man eigentlich aus, wie Halo Half-Life Menschen so gekloten? Weil wir Halo Half-Life sind. Ich habe alles gerade... Tja, er ist Terror, er ist Traitor. Er ist durch die Geheimfälle gerade abgehauen. Was ist denn der Geheim? Oh Gott! Lass Johnny's suchen. Johnny, es ist also... Warum bin ich jetzt weg? Ich bin weg. Ich muss die Musik anmachen. Ja, es ist... Hi Marvin! Hallo Marvin! Hallo Marvin! Oh, hallo. Hallo Eger. Normalerweise hab ich euch schon wiedergefunden. Komm, wir suchen Johnny. Oh Gott! Warte, warte. Ach so, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Oh Gott! Jetzt drei gegen einen. Das schaffen wir. Wir sollten gleich nicht alle zusammenlaufen. Wer uns findet, kann er uns einfach sofort ausschalten. Ja, aber wir scheiden uns noch gegenseitig aus. Das passiert so immer und noch. Ah, da ist das halt... Oh Gott! Ah! Der Geist! Oh Gott! Hilfe! Hä? Der war... Warte. Der gute Geist ist mir um hier. Hä? Hä? Du Wichser! Johnny, ich hab Johnny gesehen. Ich weiß nicht, woher hin ist, aber ich hab ihn gesehen. Ich bin der Neidier, Frank. Ja. Ich hab Angst. Iger? Egal, was passiert. Ja. Ich möchte, dass du weißt, ich liebe Enzo und nicht dich. Hä? 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 Komm, komm, komm. Weißt du, Enrico, du hast gehört, jemand liebt dich. Ja, es gibt einen Menschen, den ich lieb. Hab ich recht. Mich Iger. Oh, hey, 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 now, I'm a Rockstar. Hey, hey, hey. Ach, der Wichser. Oh! Schotten! Ich hab auch kein Shotgun bekommen. Du hast doch nicht verdient. Oh, Alter, ich hatte... Alter, das war jetzt eigentlich mein Glück, ey. Huuuuh! Marvin, du hast immer noch nicht auf meine Nachricht von gestern geantwortet oder auf den guten flotten Dreier. Hä? Ich hab' ihn Privat geantwortet, der von Dreier von mir kommt. Der hat geschrieben, der hat geschrieben, der hat geschrieben, Dreier, baut sich mit Können wir die Johnny nicht auch ein bisschen nennen? Also, es gibt Grenzen auf dem Kanal, die ich nicht überschreiten, dass es immer noch ein Kinderfreundesprogramm gibt. Ok. Also, das ist ja intime Sachen herumgegangen. Der Name Johannes ist jetzt zu sexuell. Ja, ist wirklich doch. Das ist wirklich so. Warte, Ige, wenn du jetzt bei Frank bist, dann bin ich auch ganz in der Nähe. Ich bin bei Ige, ich möchte nicht, dass Ige in meinem Arten... Hä, wo seid ihr? Ich war doch gerade... Nein! Das geht. Hä, wo seid ihr? Ich war doch gerade bei euch. Bestimmt. Noch nie? Ey, ich kann mich gar nicht besiegen, man kann nur weggehen. Du bist doch Traitor, oder? Ja, ist doch Traitor. Ige. Warum? Okay, dann schießt! Okay, dann schießt! Nee, wenn du sagst, dann schießt! Wenn du so sagst, dann schießt! Wenn du so sagst, dann schießt! Ich möchte einfach nur ne Shit haben. Dann müssen wir das verzweifelt hören. Ja, dann schießt auf mich! Bitte! Okay, wir holen uns das im Arme. Bitte, bitte, bitte! Nein, ich bin's auch nicht, dann ist es Dave mit der Johnny! Ich sag's! Hier, guck auf! Auf das Pferd! Aber hier, ums Eck! Okay, ne, kommt keiner auf. Das vier hat mich verfolgt, aber jetzt... Ey, dass das Problem an dieser Map ist, ich hab so viel Orientierung wie in Pennsylvania. Echt auch! Wir müssen nur Angst haben vor Johnny, den müssen wir erstmal töten. Das wieso? Achso! Der ist so weit weg! Ich hab Johnny gesehen, ich hab Johnny gesehen. Ich nicht! Johnny schießt mit Boundfoss auf mich! Ich hab braun nicht geschossen, die können damit schießen! Das war sowieso ne Faktor! Ich schieß auf Igen! Ich schieß auf deine Nippel! Ich muss auch nachher ab! Mann, die Map ist irgendwie nicht so spektakulär! Wie ist das geil, das willst du eigentlich? Wie ist das geil, aber... Galatius! Oh Mann, Mann! Können wir bitte aufhören, über solche Themen zu reden? Wir sind hier ein kinderfreundliches Programm! Hä? Hä? He? Ich bin auch kinderfreundlich! Ich bin auch kinderfreundlich! Das war kinderfreundlich! Das ist der Joke... Marvin ist ganz besonders kinderfreundlich! Marvin, du bei einem Kindergeburtstag! Marvin, du bei einem Kindergeburtstag! Marvin, das ist der Joke meines Kanals! Wir reden über Ficken, aber das ist so spekulärlich verboten! Also ich fühl mich zu dem Pferd sehr hingezogen, Iger! Mann, ich brauche sie eigentlich nur diese dummen Halbauto-Sniperrs! Rächer! Dann hätte die G-komische 3x. Der Ballor-Banana. Johnny, töte mich bitte nicht, Töte mich einfach bitte nicht, ich bin ein käuer Diener, verstehst du, ich bin ein käuer ergebener Diener, halt reifer deine dumme hässliche Gefäße, ich käu mich, dich zu sehen, Johnny hat dich verloren, Johnny, käu mir doch ein, Nö, das muss ich gerne machen, ich habe keinen käuer, ey Johnny, Johnny, du bist doch kein käuer, hast du dir Freunde, oder, du bist doch kein Brüder, das ist fast wie in die Köln, die Leute, weil ihr Frank seht, könnt ihr ihn bitte einfach töten, warum, weil er nichts mehr sagt, nein, weil er zu viel sagt, hä, sag gerade auch nichts mehr, jetzt macht ihr euch alle verdächtig, sag den Käuer in deiner Hose, der Oma, wenn du mal, ne, 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 Mann, Flonke weg, Flonke weg, Flonke weg, Flonke weg, ich habe meinen Käuer gefunden, wer ist das, Marvel, der hat meinen Käuer getötet, er hat eine Mäuerung, ja, Flonke tue es nicht, du hast meinen Käuer getötet, dafür wird so schnell, nein, ich habe ihn gekäut, Ich habe meinen Köln-Pool unterschätzt, ja, ich hatte dich konzentriert, oh Mann, ich wollte, keine Ahnung, ich wollte so ein Minenfeld legen, ich hatte 8 HPs jetzt, wo war ich, war ich tot, ja, den habe ich vorher schon getötet, Ey, ey, Köln-Bruder, wie geht's, Alter, ich habe, ich war ein Köln-Bruder, Traitor, Ige, Traitor, Köln-Bruder, lass einfach alle umbringen, okay, Na, wir sind gerade vor euch, Hallo, ich bin kein Köln-Bruder, Ich bin kein Köln-Bruder, ich will sie vom Köln-Bruder, lass uns verbinden, lass uns verbinden, Dann wird sie mir raus bleiben, wir sind wie HUGE-Bruder, ich habe einen HUGE-Kock, Das ist gar nichts, ich hab nur eine Zigarette. Iger, 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 Iger und wir uns entgegen, komm, ihr werdet sterben. Nein, wir sind gerade vor euch. Hallo, Flo. Ich sag, ihr werdet sterben, Kolbrüder legt euch nicht mit den Kolbrüdern an. Ich war ein Kolbrüder von dir. Nein, Kolbrüder sind nur Johnny und ich. Ah, ich weiß, ich hatte auch keine Brüder. Ich hasse euch alle. Oh Mann. Iger, wo bist du, du Verräterschwein? Warum bin ich jetzt ein Verräter? Na, jeder ist ein Verräter. Oh Gott, Kolbrüder, ich hab dich vermisst. Alter, einfach nicht. Iger, Iger. Ich wusste es. Mann, wenn Iger's Kolbrüder klappt. Was? Ja, nein, nicht klar. Was? Iger. Ich wollte von meinem eigenen Kolbrüder verraten. Nein, Sir, man kann kein Spielautomat sein. Die Traitors... Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euch eine Eiswaffe kauft und eure Eiskugel auf den Boden fällt? Genau so fühle ich mich gerade. Kenn ich. Schön. Junge, ich würde die ganze Zeit in den Traitorshop gehen und die ganze hinterher. Wisst ihr, wie verraten ich mich gerade fühle? Ich fühle mich, als hätte mir meine schwangere Frau in den Schwanz gebissen. Wie fern ist es relevant, dass ich schwanger ist? Kein. Echt so. Hey, du bist Trigger-happy bei mir. Traitor! Traitor! Butler! Okay, dann bin ich doch innocent. Ich hab einfach immer noch Hunger. Iger, wollen wir eine geile Partie machen. Iger, tu's nicht, tu's nicht. Wir machen eine geile Partie. Okay, ein Pferd auf Ehre. Also dann auf das Pferd setze ich einen Johnny. Ich bin hinter euch. Warte. Nee, jetzt sind wir alle wieder auf Einhausen. Das macht mir Angst. Wer hat wen jetzt abgeschossen? Wer hat wen jetzt abgeschossen? Wer hat wen abgeschossen? Wer hat wen abgeschossen? Wer war's? Fragen wir mich töten. Fragen wir mich töten. Fragen wir mich töten. Was macht ihr denn da beide gerade, Mann? Wo seid ihr denn hier auf einmal? Du bist ein schlechter Kolk-Bruder. 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 Hast du gerade? Nee, ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt Johnny getötet aus Gründen, weil er ein schlechter Kolk-Bruder war. Was machst du mit Knurk? Er war ein schlechter Kolk-Bruder. Das macht dich echt verdächtig, Mann. Das ist echt so. Was ist denn mit der Kuss? Du wolltest einfach nicht gehen. Oh Mann, die gewaust. Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte absolut gut, dass die Johnny getötet und du hast noch die Schuld auf mich geschoben. Ja, das war deine Fresse. Du kannst uns bitte aufhören mit anderen YouTubern zu vergleichen. Das sag ich dir gefühlt in jedem. In jedem gottverfickten Video. Also die Sache ist, ich möchte einfach nur, dass Moggy diese Videos sieht und ich möchte einfach nur ein Video mit Moggy im Ölkummer aufnehmen. Das ist so mein großes Ziel. Das wird nicht passieren. Nein. Nein. Er hat schon den Johnny in der Gruppe. Er wird es nicht wollen. Das ist mein größter Traum auf die ganze Welt. Er hält es unironisch, Mann. Wie du mit der Augen auf Ruhe und von ihm sprechen. Man möchte sich effektiv nicht in meinem Leben. Bin ich immer meiner Einzige, der in seine Nähe geführt wird. Ja, sei stolz drauf. Du bist der Einzige, der stolz drauf ist, in Bayern zu wohnen. Ähm. Iger und äh. Hast du schon gesagt, warum ist er weg? Ich hoffe, wenn man teleportet. Iger, wir sind ineinander. Nein. Iger. 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 Ich habe keine Ahnung, was passiert. Warte, was ist jetzt dafür? Oh Mann. Iger. 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 Warum ist Flonk tot? Weil er mich jetzt vorhin getötet hat. Ohne Grund. Jetzt darf ich mich auch jetzt mal ohne Grund töten. Das ist jetzt. Ja. Das ist eine Rachenmachung. Das ist eine Rachenmachung. Ist sie jetzt aber weg! Ha! 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 Ich bin jetzt so lange hinterher. Ich bin jetzt so lange hinterher. Ich bin hier so lange. Aber ich habe dich nie getroffen. Iger, du hast den Sprachen erwischt. Von mir. Oha, von mir. Warte. Gehen wir euch an. Iger. Warte kurz. Iger. Und jetzt kommt er so Du bist ein kleiner, dummer Wichser Ich lasse es, dass du mich einfach umbringst Ich dachte, wir sind Freunde Ich möchte, dass du spürst PS Das ist doch nicht stinkt Ich fragte, wie mein Handy-Mikro einfach überhaupt nicht scheiße klingt oder so Ich hab facken S20 Das Mikro ist einfach so Bullshit Was hat denn das jetzt? Das ist grad einfach so ein Geschenk Ich mach immer sehr sauer, als ob ich erschossen hatte Aber ich war doch Traitor grad eben Warum schlitten Aber Iger hat mich ersch... Wir haben Iger verloren, da lag er einfach... Ich hab Iger getötet Ich hab Iger getötet Ich hab Iger getötet Weil ich grad lustig darauf war Iger... Johnny? Johnny? Ich hab auch das Gefühl, dass du es bist Das ist mir scheißegal, was ich so ein Gefühl hier hab Ich hab mal ein Gefühl, das ist erotik Ja, das ist ein verdammtes Apparantik Ich hab Iger getötet Ich bin jetzt hinter dir Ich bin jetzt hinter dir Keine Ahnung, wo du jetzt... Ich hasse es euch Ich weiß, dass einer von euch beiden ist Ich hasse es so hart Hä? Du hast doch Iger getötet Ich bin schon wieder an Iger vorbeigelaufen Ich bin jetzt immer noch hinter dir Ich hoffe hinterher auch Die Wege sind immer dieselbe Scheiße Ich kanns eigentlich nur Flunk sein Ich hasse es, dass ihr versucht euch gegenseitig zu beschützen Das ist ja ein Scheiß-Chimp Oh, ich hasse euch Mann, ich bin wieder mein Butler Ich auch Mann, ich hab alles im Kreis Oh Gott Johnny Marvin, ich weiß, dass du der einzige, der doch lebt Hä? Kann doch nicht sein Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich die Tank Angel gerufen hab Weißt du, weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß nicht, du es weißt Hallo 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 Auf Johnny's Prüfung Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich bin mir nicht sicher, ob du es jetzt warst oder Johnny, aber weil er Johnny nicht war und du es warst, und ich sage, ich liebe dich und falls es Johnny war, Johnny, du bist ein dummer Buster, der ist nicht. Ein sehr kölner-freundisches Programm, ja, ja. Ja, aber wir reden über Spekulatis, da werdet ihr von meinem Kanal gesperrt. Gott sei Dank. Ich liebe dich genauso, genauso wie ich genau noch mal Traitor bin. Marvin, ich lasse dir die Unmöglichkeit, eine Waffe zu holen. Hast du gerade gesagt, was du als Sprache lachst? Oh, ich liebe es. Warum? Der schießt hier schon wieder. Ich weiß nicht, der hat mich gerade abgeschossen. Marvin, wir haben jetzt Respekt, okay? Ich wollte wenigstens noch wegrennen und irgendwie dumm was. Können wir kurz überreden, wie ich eigentlich immer recht habe. Ja, ich hatte Angst vor dir, das war das Problem. Was? Was? Bis zum nächsten Mal.